ich gewinne habe ich 25 punkte bin zweiter us köln da ist köln wenn köln gewinnt dann hätten sie 18 punkte und wären fünfter schandler und bale tue ich dann mal raus das wäre jetzt ztm fertig bale komo an hier rein das aber auch fertig in köln die sache 20 toren bundesliga top-torleger jäger noch mal 11 ronaldo live rein, Energiestadion, jetzt müssen wir jetzt wieder den Trainer ausmachen. Vielen Dank. 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 Mario. Goetze. 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 Oh, man. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. 1 zu 5 in der 49. Minute von Adam Jan für den 1. FC Köln. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Familie, mit seinem Hattrick. 1 zu 8 in der 60. Minute von Faberge für Frankfurt. 1 zu 8 in der 60. Minute von Faberge für Frankfurt. 2 zu 8 in der 66. Minute. Übers. In der 66. Minute 2 zu 8 für den 1. FC Köln von Hübers für Köln. 2 zu 8 in der 60. Minute von Faberge für Frankfurt. 2 zu 8 in der 60. Minute von Faberge für Frankfurt. 1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 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 Vielen Dank. 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 Internationales Testspiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Bye. ... 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 Highlight. Und das in der ersten Halbzeit. Also ein richtiger Headtrick. 1 zu 442 Minuten von Annautovic für Österreich. Mein lieber Scholli. Ja. Annautovic mit seinem vierten Tor. 1 zu 5 in der 45. Minute von Annautovic für Österreich. 0-1 für Dänemark. Unentschieden. 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 0-1 für Norwegen. Achso, das wird ja immer angezeigt. 0 voor Kiel från Annautovic für Österreich. Ugh. Arnautovic mit seinem fünften Tor 1 zu 6 in der 41 minuten von Arnautovic für Österreich 2,023 Minutes Zerbäts 1,300 Minutes 1,300,000 Ja, 1 zu 7. 1 zu 7 in der 56. Minute von Baumgartner für Österreich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der doppelte Hattrick. Von Arnautovic. 1 zu 8 in der 73. Minute von Arnautovic für Österreich. Die doppelte Hattrick. Doppelte Hattrick. Highlight. Anautovic. 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 Ja, das siebte Tor. 1 zu 9 in der 80. Minute von Arnautovic für Österreich. 7. Minute von Arnautovic für Österreich. Er entscheidet auf Freistuch und das ist eine gute Position. Ja, das ist eine gute Position. Zwei am Turnier drin, nur zwei für Dänemark, 3-2. So gegen Mexiko, Stadion Olympique. Corona spielt jetzt, wir sind alle krank. Bullshit. Stadion Olympique. Achso, man, wieder ausschalten. Ich will nicht mal ein Hauptbühne machen, da aussteigen. Nösses. Stadion Olympique. 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 Vielen Dank. 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 So, das sind wir bei Tschülonga. 0-1 für Kroatien, 1-0 für Ghana, 1-0 für Italien, 1-0 für Argentinien, 0-0 für USA, 1-0 für Wales, 1-0 für Niederlande, 0-1 für Brasilien, 1-0 für Dänemark, 0-0 unentschieden, 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 0-1 für Irland. Ja, das ist denn, 0-1 für China, 0-1 für initiale EXT, 1 für turningen, 1 für Istanbul, 0-2 für virtually her. Bis zum nächsten Mal. Sie stehen sehr hoch und genau das halte sich hier aus. Guter Einsatz, da ist er da. Vor der Ecke hoffen die Felser auf den Ausgleich. 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 Das ist wieder ein Bild von Anzei. und auffällig und auffällig sie stehen sehr genau das zahlt sich hier aus guter Einsatz da ist er da bei der Ecke hoffentlich fällen sie auf den Ausgleich aus Die Gäste ist sehr hoch, genau da. Vielen Dank. 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 0-3. 0-4. 0-4. 0-4. 0-5. 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 nur zu 6 in der 84 minuten vor nahen autowitsch für österreich und die 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 Wolf hat er gesagt. 2-0 für Kroatien, 2-0 für Ghana, 2-0 für Italien. So, wenn ich gewinne, habe ich 28 Punkte, bin zweiter. Und wenn Gladbach gewinnt, dann haben sie 20 Punkte und sind vierter. So, wenn ich jetzt mal wiederkehend habe. So, wenn ich jetzt mal wiederkehend habe. So, wenn ich jetzt mal wiederkehend habe. Untertitelung des ZDF, 2020